Sony ist dafür bekannt, zwei Flaggschiffe pro Jahr vorzustellen. Einmal ein Xperia-Modell zum Mobile World Congress und dann gibt es in der Regel auch noch ein weiteres Flaggschiff zur IFA, die dann bekanntlich im September immer in Deutschland stattfindet. Ja, das Jahr 2018 brachte uns das Xperia XZ2-Line-Up zum MWC 2018 im Frühjahr und dann auch das Xperia XZ3 im Herbst. Das Xperia XZ3 kam alleine, sprich nur in einer großen Version. Das XZ2-Line-Up gab es jedoch als normales Modell, als Compact-Modell und auch noch als Premium-Modell. Jetzt steht der Mobile World Congress 2019 an und Sony wird höchstwahrscheinlich wieder ein Flaggschiff für den Start ins neue Jahr vorstellen. Das Sony Xperia XZ4 steht an und die gute Nachricht ist, dass man im Frühjahr wieder ein normales und auch ein kompaktes Modell ins Rennen schicken wird. Und weil der Mobile World Congress schon in etwas mehr als einem Monat stattfinden wird, gibt es bereich zahlreiche Leaks und Gerüchte zum Sony Xperia XZ4. Und ich möchte euch in diesem Video mal ganz kurz erzählen, was euch dann in etwa bei diesem Flaggschiff erwarten wird, sprich wie die Spezifikationen lauten werden. Und zwar werden wir höchstwahrscheinlich über ein 6,5 Zoll großes OLED-Display sprechen mit einem 21 zu 9 Seitenverhältnis. Das ist neu. Es wird sehr wahrscheinlich der Snapdragon 855 unter der Haube stecken. Ich gehe von 6 GB Arbeitsspeicher aus, 128 GB internen Speicher und der Fingerabdrucksensor wird nun wieder entweder im Power-Button oder vielleicht auch erstmals unter dem Display vorhanden sein. Allerdings hat sich Sony dazu entschieden, diesen 2019 wieder von der Rückseite zu entfernen, da das 2018 nicht so gut ankam. Außerdem gehe ich davon aus, dass man auch wieder Qi verbaut hat. Das ist ja mittlerweile Standard bei Sony. Und das große Modell wird erstmals eine Triple-Kamera bekommen. Auch das ist neu. Und der Akku dürfte so um die 3500 bis 3700 mAh stark sein. Außerdem gehe ich natürlich davon aus, dass das XZ4 mit Android 9 Pie ausgeliefert wird. Passend zum Xperia XZ4 wird es auch ein Xperia XZ4 Compact geben. Das ist natürlich aufgrund der physischen Bedingungen mit einem kleineren Display und einem kleineren Akku ausgestattet. Das ist soweit aber normal. Aktuell ist hier von knapp 5 Zoll die Räte für das Xperia XZ4 Compact. Wie groß es genau sein wird, kann ich euch aber nicht sagen. Ihr seht hier auch immer wieder Render-Bilder von den Geräten und die stammen von einer sehr guten Quelle. Und ich gehe davon aus, dass die finalen Geräte dann auch in etwa so aussehen werden. Außerdem sieht man darauf sehr gut, dass das Compact-Modell leider nur eine Kamera bekommt. Sprich, Sony wird höchstwahrscheinlich die Power unter der Haube gleich oder sehr ähnlich halten. Allerdings fängt man auch hier an, optisch und bei der Ausstattung größere Unterschiede zwischen dem normalen und dem kompakten Modell zu machen. Beim Preis würde ich entweder davon ausgehen, dass man erneut bei dem Preis von letztem Jahr vom XZ2 bleibt und 799 Euro UVP ausruft. Vielleicht wird man den Preis auch ein kleines bisschen erhöhen. Auch das würde ich nicht ausschließen. 700 bzw. 850 oder gar 900 Euro wären Anfang 2019 auch nicht mehr so außergewöhnlich. Sony ist bei der UVP ja immerhin ein kleines bisschen günstiger als die Konkurrenz. Und das würde mich nicht wundern, wenn man hier auch Anfang 2019 aufschließt. Und das Compact-Modell dürfte dann natürlich, sagen wir mal, 100 bis 150 Euro günstiger angeboten werden. Ja, die Präsentation, davon gehe ich sehr stark aus, wird wie immer rund um den Mobile World Congress. Ich gehe sogar davon aus, auf den Mobile World Congress auf eine Pressekonferenz direkt vor Ort in Barcelona stattfinden. Und Marktstart dürfte dann entweder im März oder April sein. Sony hat sich bei den Seiten ein bisschen verbessert. Sprich, Modelle brauchen nicht mehr ganz so lange, bis sie auf den Markt kommen. Wie schnell das jetzt beim XZ4 passieren wird, kann ich allerdings schwer abschätzen. Was auch schwer zu sagen ist, ist, ob es in diesem Jahr auch noch ein Premium-Modell mit diesem bekannten 4K-Display etwas später geben wird. Ich finde, diese Modelle sind aber auch eher Nischenmodelle. Von daher werden die jetzt für uns auch keine große Rolle spielen. Ich persönlich bin jedenfalls sehr gespannt auf das Xperia XZ4 Line-Up. Vor allem auch auf das normale Xperia XZ4 mit diesem 21 zu 9 Display, was ja durchaus recht lang werden könnte. Sony hat sich im letzten Jahr gemacht. Ich fand, sie haben durchaus Fortschritt von Gerät zu Gerät gezeigt. Sie sind, finde ich, ein bisschen langsamer als die Konkurrenz, was den Fortschritt angeht. Sie bringen nicht Jahr für Jahr immer große Sprünge, sondern verbessern dieses Xperia Line-Up so ganz langsam und kontinuierlich. Und es dürfte vermutlich auch eines der letzten Modelle nächstes Jahr sein, welches ohne Loch oder Notch auf den Markt kommt, sondern mit diesem klassischen Display-Rändern. Auch das wird vermutlich viele abschrecken, aber auch noch ein paar Fans von Sony freuen, dass man hier weiterhin auf ein recht, sage ich mal, klassisches Design setzen wird. Aber wie gesagt, die Verbesserungen vom XZ2 zum XZ3 und auch davor zum XZ1 natürlich waren meiner Meinung nach durchaus gegeben und durchaus auch teilweise groß, was zum Beispiel die Display-Qualität angeht. Was ich mir persönlich wünschen würde, worauf ich persönlich sehr gespannt bin, ist vor allem die Kamera im normalen Modell, die Triple-Kamera. Das war für mich immer so ein bisschen die Schwäche der Sony-Smartphones, obwohl man ja ironischerweise die Kamerasensoren baut und auch an die Konkurrenz von Google, Apple und Co. verkauft. Aber Software ist nun mal mittlerweile entscheidend für das Bildergebnis und ich bin mal gespannt, ob sich hier vielleicht in diesem Jahr ein bisschen mehr getan hat. Ansonsten glaube ich, wird das ein sehr interessantes Flaggschiff im Frühjahr 2019 sein. Wir werden euch natürlich zu diesem Gerät versorgen. Wir werden natürlich darüber berichten, es auspacken und euch dann erzählen, was es im Alltag kann. Falls euch das interessiert, bleibt dran. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.